recht herzlich willkommen zur siebzehnten folge von stelares ja was haben wir denn für meldung mindestens einer unserer gebäude das hatten wir glaube ich schon das war hier genau da fehlt ein menaken das wird gerade aufgebaut also kann das weg und hier haben wir noch so das andere system ist erkundet forschungsschiff haben wir doch weg haben keine pause rausgemacht letztes mal aber allerdings ist das forschungsschiff trotzdem nicht dahin geflogen doch jetzt macht es das ok aber wir haben noch ein weiteres forschungsschiff oder wie wir das hier unten ist einer konstruktionsschiff okay ist das zugange da jetzt muss ich da mal hin gehe zu dass man ein bisschen schnell da reingesucht hier ist gar nichts mehr zu bauen oder das ist konstruktionsschiff militär macht bergbaustation das ist außenposten ok ich sehe schon ich muss mal gerade in die einstellung weil der liebe berater der möchte nichts mehr sagen so so dass es das gemacht oder nicht dass die frage ist die bergbaustation ist dass diese bergbaustation und man kann nein da würde ich nicht ich will aber ich glaube dass es dann schon gemacht na das ist das dass der beobachtungsposten für die ja passt schon so wieder raus konstruktionsschiff hatten wir da fliege mal dahin aus dem posten warum geht das nicht fliege jetzt mal dahin weiter fliegen geht so da wurde interessant was ist das denn hier eine von hause 7 8 sind die uralten verloren 100 anhalten das hatten wir okay das ist auch jetzt nicht wichtig okay das war nur irgendwie so eine info da ist was fertig geworden halt kann das abgaben das ist ja angrenzungseffekt okay da gibt es auch welche auch schön naja gut dass das erstmal so noch mal hier kolonische ist klar das ist die streiten macht das ist konstruktionsschiff und das ist auch konstruktionsschiff das fliegt nach da und das ist da am konstruieren noch ne oder ja genau dann lass das mal schön da konstruieren das zweite fliegt in das system oder system ist noch gar nicht erkundet das ist schlecht das bedeutet weil dann was hier oben technologie erforscht wachstumsdauer minus zehn prozent neu forschen neues gebäude grenzklinik und hat ein alien welten gefährliches tier welt kann man da weg machen wollen da kann man das beseitigen ich glaube wir machen die gefährlichen tier welt nun weg gut dann ist das erledigt das neue system ist erkundet das war wohl da das bedeutet dann system erkunden fliegt da mein und das ist ein konstruktionsschiff jetzt bin ich bestimmt noch da unten dran genau so sieht es aus so dass konstruktionsschiff macht nichts mehr das ist glaubt fertig hatte da oben bringt was an für neue stufe erreicht ist dem erkundet stopp irgendwo ist was los fall flotte in der nähe das nicht gut wo sind sie ich sehe sie nicht oder sind die schon abgehauen könnte auch seine wo ist denn das feindschiff das hier eine forschung schiff oder ist das das feindschiff nein doch regatta grace und was machen wir dann der wird sowieso abhauen das ist geklärt gut dann ist das auch erledigt die verweichen aus die verweichen nach da wieder aus system da erkunden fertig so das ist hitzel da wird gebaut und dann noch nicht gebaut aber das soll gebaut werden das war fertig und station da bauen das war weiterlaufen zumal da oben noch ein der kann da aber nichts machen oder auch das ist forschungsschiff gut der hat noch zu tun kommt mir vor als ob hier mehr machbar wäre vielleicht gut galaxy karte konstruktionsschiff kann hier nichts machen weil nicht erforscht oder wie sehe ich das gut da muss da noch geforscht werden neuer kontakt great one square rocks so variety ja toll interessant das sind sie Ja, komm, Erste und wie immer. Tja, da haben wir auch schon was gesehen, ne? Karre Welt, nix. Was war hier eine feindliche Flutter? Die sind jetzt zurückgeflogen und fliegen in das nächste System hier dahin, um das zu erforschen. Da ist die Feindflutter. Hier gibt's auch nix, ne? Ne, karge Welt. Hier außen ist irgendwo noch ein Planet da. Bringt alle nix. Und hier sind einige Planeten. Nicht, 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 der Mond auch nicht. Oh nix, hier ist auch tote Hose. Haben wir hier noch einen. Geht auch nicht, der Mond davon. Bringt's auch nicht, dann haben wir den noch, glaube ich. Ja, das war's. Eins, zwei, zwei. Eins, zwei, drei. Und den haben wir auch gepasst. Da war nix zu gucken. Beziehungsweise zu gucken war da schon, aber nichts zu forschen. Hier sind die anderen drinnen. Konstruktionsschiff, ich bin der Meinung, dass wir eigentlich noch ein Ding, ein zweites Forschungsschiff hätten. Traveller. Shelter, hier, oder? Das Kolonischiff. Wo ist denn die Shelter? Oder war die Shelter ein Konstruktionsschiff? Traveller? Ne, das war ein Konstruktionsschiff, alles klar. Gut. Hier unten ist Konstruktionsschiff. Ne, da ist die Viper, das ist noch ein Forschungsschiff. So. Die sollte doch hier längst schon hin, ne, oder? Das System da mal erkunden. Hier war ja nix mehr zu erkunden. Das war ja schon erledigt, ne? Glaube ich auf jeden Fall. Hier haben wir eine soziale Forschung. Oh, da 25% Bewohnbarkeit. Das ist ein Riesensystem, ne? Gibt es denn hier irgendwo einen schicken Planeten, den man mal richtig bewohnen kann? Ne, ne? Technologie erforscht. Schadensbonus. Feldproduktion. Ja, neues Gebäude, Ingenieurlabor. Ich glaube, wir nehmen gleich das erste. Einfach aus dem Grund, weil es auch am schnellsten fertig ist. Und dann noch ein Konstruktionsschiff über hier oben. Ja, müssen wir mal gucken. Ne, die sind hier unten noch am Arbeiten, aber das ist auch schon fertig, ne? Ja, dann lass uns doch da eine Bergbrauchstation bauen. Das System schnell fertig machen und dann sehen wir weiter. Ich glaube, hier geht nix, ne? Weil das noch nicht erforscht ist. So, und hier ist erforscht. Ich glaube, das ist dann gewesen, ne? Hm, hm, hm. Erkunden. Aber was erkunden die jetzt? Das ist die Frage, ne? Hier irgendwo hätte ich auch gerne das durchgeblättert, ne? Aber das geht auch irgendwie nicht. Ne, würde ich nicht den Hotkey entfernen. So, was machen die jetzt, ne? Wahrscheinlich nix. Ne, da wollte ich ihn. Das System muss erkundet werden. So, das war's. Gut. Konstruktionsschiff. In dem System. Ja, man hört's, die sind noch am Arbeiten. Passt also. Da haben wir noch was. Da haben wir was. Oh, hier sind so ein paar Sachen, ne? Okay. Dann, wenn wir mit leben können, mit der negativen Bilanz. Bauform abgeschlossen. Dann geht's hier weiter. Gut. Was fehlt denn da? Energie Credits. Die haben wir hier schon ausgebaut, ne? Okay, lass weitermachen und dann sehen wir's. Aber null ist das ja. Vielleicht ist es minimal unter null. Gut. Ja. Da sind wir zu Gange. Die fliegen da auch rummegecke. Hier ist das Schiff jetzt angekommen, oder? Achso, die haben noch genug zu tun, so wie das aussieht. Passt also. Gut, dann würde ich aber auch sagen, soll's für die Folge erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.